herzlich willkommen zu dieser neuen folge und heute ist eine update folge und mein name ist eric ich bin alissa und wir leben hier auf den philippinen falls ihr euch uns noch nicht kennt wir machen immer mal ein update wie es so läuft beim auswandern und so und wir sind jetzt schon ein paar monate hier und sitzen gerade bei uns am strand morgen ist mein geburtstag deswegen dachte man macht mal ein kleines update wollen eigentlich nur zwei sachen kurz ansprechen wir machen da mal in den besseren überblick noch im september wahrscheinlich aber das zum einen haben wir mache ich gerade meine masterarbeit die muss bis ende august abgegeben sein und ja da arbeite ich immer noch dran und ja mehr oder weniger fehlt mir da viel die motivation und vieles ist dazwischen gekommen aber jetzt geht es dem ende zu und dass das richtig gut und da freue ich mich schon drauf wenn das fertig ist und mehr zeit wie gesagt morgen ist mein geburtstag damit das mal gefeiert und das andere ist wir haben ein freund und seine familie die in deutschland die rat sehr viel durchmachen weil er krebs hat und da wollten wir einfach auch fragen ob ihr dafür beten können wir sind der gläubige christen und wir wollen auch gerne dass natürlich die leute die daran auch glauben dafür beten und das wäre echt lieb also vielleicht noch ein bisschen für die energie für die masterarbeit und für unseren freund in deutschland auch gerne dafür beten oder an ihn denken das wäre echt echt lieb und ja wir lassen euch hier mit einem wunderschönen blick übers meer also dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal